ja servus leute habt ihr so richtig bock auf richtig coole business veranstaltungen wo es ja um um coole geschäftsmodelle um reisen um digitales nomadentum und einfach um ja um coolen lifestyle geht dann habe ich genau das richtige für dich was für dich wirklich von interesse sein könnte wenn du dich für diese themen interessiert und zwar die awesome people konferenz nummer zwei die erste gab es bereits schon dieses jahr nun hat die sich so entwickelt dass es auch lokale events gibt vorher war das event in berlin oder auf digitaler ebene und jetzt gibt es einzelne gruppen dort haben sich auf facebook einzelne gruppen gebildet für ja eigentlich fast alle großstädte mittlerweile stuttgart frankfurt hamburg münchen berlin etc alles dabei und da gibt es lokale events und meetings wo du hingehen kannst und dich wirklich mit coolen leuten vernetzen kannst und ja wo diese events genau sind und was du dort erfährst will ich dir mal ganz kurz vortragen damit du erkennst wirklich dass das eine ganz coole geschichte ist um networking zu betreiben mit gleichgesinnten sich auszutauschen und ja dass die größten events sind natürlich in berlin und dort wurde das ganze auch gegründet von robert gladitz und ja in berlin geht es los mit felicia haargarten und marcus meurer am 22 8 ab 19 uhr die tickets sind übrigens immer um den bereich von so circa 25 euro um den dreh und ich denke dass es für jeden ganz gut erschwinglich dort teilzunehmen und wirklich von content und von den interviews die dort geboten werden zu profitieren dann gibt es am 28 8 ebenfalls in berlin mit dem thema mobility von tamar jentjens und laura seiler gibt es spannende themen wie deine gedanken eine realität erschaffen dann haben wir frankfurt am main also hier in meiner region auch am 5 september wie du ein mensch wirst der erfolg förmlich anzieht wie du menschen in der öffentlichkeit begeistert da sind die redner tobias beck und michael araya muss jetzt mal immer ein bisschen umblättern weil das doch eine menge an events sind da kommen noch einige hinzu insgesamt dann haben wir na wo steht es wieder berlin am 8 september von mit dominik stühler und jona plank vom nerd zum punk so hältst du mitreißende so hältst du mitreißende präsentation dann haben wir epische youtube-videos so geht so geht low budget von dominik stühler und jona plank dann haben wir am 12 september in stuttgart im schwabeländle mit carina stöwe und alexander hartmann mit den themen 18 monate durch südamerika mit dem business im laptop also ziemlich cool dann erfolgsfaktor unterbewusstsein der haupt hypnotiseur packt aus also du siehst da sind wirklich themen dabei ja die nicht so wirklich alltäglich sind oder die man jetzt nicht so unbedingt ja immer vermutet überall und deswegen sind das wirklich krasse events dann geht es weiter am 24 september in münchen mit phil stief und oscar video social media nutzt um produkte zu verkaufen 160.000 youtube abonnenten mit 14 jahren also wirklich coole themen dann düsseldorf am 26 9 mit amazon fba zum ortsunabhängigen lifestyle so zündest du den turbo für deinen podcast mit bastian barami und gordon schönwalder und jetzt sind wir auch demnächst bald durch hier dann ja am 15 oktober in leipzig macht dein leben zu einem unvergesslichen abenteuer erfolgreich auf youtube worauf es wirklich ankommt mit nick martin und felix barlinger und am 16 10 nummer in frankfurter main neu ausrichtung warum ein erfolgreiches business killen fragezeichen und mit kind auf weltreise raus aus der komfortzone mit laura märten und jan rhein sowie sandy und benny durchholz und da haben wir noch ein ne das war es das waren jetzt erstmal das war jetzt erstmal die event serie von ja von der awesome people konferenz du hast gehört dass es extrem spannend ist ja alle weiteren links und tickets ticketbestellungen hier unter dem video und guck mal wenn du da in der nähe bist dass du dich mit einer gruppe vernetzt wenn du solche themen anbietest online marketing online business digitales nomadentum und reisen und lifestyle insbesondere ja ich würde mich um einen daumen nach oben von dir freuen ansonsten wir sehen uns vielleicht bei der awesome people konferenz nummer zwei dein christian weckler ciao ciao